Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Remastered. Ja, wir haben im letzten Part die vergessene Stadt Tinnos abgeschlossen und sind jetzt hier im Bosskampf gegen den wunderschönen Willard. So, ein Träumchen. Wer möchte nicht so aussehen, ne? Das ist ein Träumchen. Sieht wunderschön aus. Ich speichern gleich mal. So. Mein Scherz allein. So, wir machen mal den Artefakt. Das dauert mir zu lange. Sorry, das müssen wir ganz kurz... Ich glaube, wir machen mal ganz kurz eben für den Bosskampf hier. Das stört mir nicht gerade, actually. Das hier aus. Sieht zwar sehr schön aus, aber... ist halt nicht gerade hilfreich, wenn Lara eine Stunde braucht, um Sachen aufzuheben. Wenn es hier gerade um Leben und Tod geht. So. Äh... Wir überspeichern mal... Gott. Die Wüste von Nevada. I guess. Wir haben jetzt halt keine Munition mehr. Okay, die, da seid ihr egal, aber das ist schon okay. Ne, das ist auch nicht irgendwie hilfreich. Die ist okay. Nein! Warum? Verdammt. Die Wüste von Nevada. Die Wüste von Nevada. Ja, da. Okay. Oh Gott, das war ein bisschen zu knapp, zu Ionis. Oh, wir haben da noch ein Zimmer. Na toll. Das wird ja immer besser hier. Okay. Jetzt haben wir noch so viele Waffen. Nimmt das ein bisschen langsam. Naja, ist auch nicht so hilfreich. Haben wir keine Munition mehr. Haben wir auch keine Munition mehr. Ja, Schrupete ist halt auch jetzt nicht so sinnvoll. Aber gut. Geht sogar tatsächlich. So, wir überspeichern mal wieder. Ähm, was haben wir hier? Ja, können wir auch nochmal speichern, ne? Ja. Oh Gott. Nein, hier ist nichts. Scheiße, das könnte unangenehm werden. Haben wir es geschafft? Ja, okay, alles gut. Wir haben es noch geschafft, bevor wir aufgestanden. Das ist doch schön. Das wäre sonst ziemlich unangenehm gewesen. Vielleicht Fakten haben wir es eigentlich. Drei. Okay, eins fehlt noch. Ähm, was ist das doch? Okay. Nein. No. Warum bauen wir denn so viele Bossfights? Jetzt einfach diese beschissenen Schrägen ein, ne? Wirklich. Niemand mag das. Vor allem mich nicht, weil ich zu dumm bin, um da dran vorbeizulaufen. Gott, der ist ja bei mir. Hilfe. Geh weg. Vielleicht keine Munition mehr, aber es ist okay, weil es das eh ist. So gut wie das Ende. Wo ist denn unser Artefakt? Hintergrund hinter mir. So. Wieder einmal speichern. Oh, ups. Der Meteor geht unter. Oh, das könnte jetzt ein bisschen dauern vielleicht. Ähm, haben wir denn auch eine krasse Waffe, die wir gerade benutzen können? Äh, das wird halt nicht viel bringen, weil... Obwohl, die hat eigentlich nie noch können. Die haben wir gleich noch gar nicht benutzt, ne? Das muss man jetzt kaum. Ne, eigentlich meine... Ich meine gar nicht. So, gleich haben wir ihn. So. Nacht, Willard. Ah, okay. Das wäre geschafft. Sehr schön. Gut. Damit haben wir unseren guten Herrn Willard besiegt. Dann heißt es hin und rein mal rausklettern. Wo ist denn die Leiter da hinten? Schön. Das war definitiv ein kleines bisschen stressig. Bei meinem Glück falle ich das einfach runter. Okay, alles gut. Schrägsprücke ist immer so ein Ding. Ähm. Okay. Funktioniert trotzdem. Alles gut. So. Mir fällt gerade ein, dass, äh, dass ich noch gelesen hatte im neuen Spiel Plus, dass Willard einfach 10% schneller, mal abgesehen, also zu den, zu den, äh, mehr Leben und mehr Schaden machen. Also, ich meine, gut, mehr Schaden ist egal, weil er einen E-Töte zeigt. Aber dazu, dass er halt mehr Leben hat. Und, ähm, ich glaube, das wird die absolute. Ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, weil dieser Kollege ist halt eh schon schnell genug. Und 10% ist eine ganze Menge dafür. Aber, naja. Ich werde einfach mein, ich werde mir das, äh, ich werde mir das im Privaten irgendwann antun. Wahrscheinlich jetzt das letzte, das ist jetzt nicht schief, wenn sie nun, werde ich wahrscheinlich schreien und weinen, aber... It is how it is. So. Nochmal hier zum stylischen Ende. Schön. Dann lasst uns diesen Ort verlassen. Okay. Ich will bei denen hier bleiben. Das ist, glaube ich, ganz okay. Aber jetzt ist es so komisch, jetzt greifen die uns nämlich an. Das haben sie ja... Vorher nicht gemacht. Heilige Scheiße war das genau. Achso, da ist ja noch einer. Hallo. So. Ach, die Häuser, ne? Krass. Sieht so krass aus. So, ich will jetzt mitreden. Goodbye. Hier ist ja noch einer. Hallo. Nehmen wir mal kurz durch hier. Warte mal. Okay. 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 So, da landet er doch. Hoffentlich gleich. Da ist er. Hallo, Eli. Was geht? Die sind natürlich alle soundso- sowieso schon. Jo, ab geht's. So, und damit haben wir Tomb Raider 3 beendet. Da haben wir hier die, äh, der Ampilot. Ich weiß immer nicht, warum nachher die denn hier schießt. Er hat hier nichts getan. So ist es, äh, der Capuch. Und dann ist es ähnlich, weil er die Realität der Auge fährt. Wirklich maß- So ist es weiter, äh. So. So, und damit haben wir offiziell Tomb Raider 3 Remastered beendet. Ja, was soll man sagen, ne? Es war wunderschön. Es war natürlich höllisch schwer an manchen Stellen, aber das ist halt typisch Tomb Raider 3. Das erinnert sich auch das Remastered nicht. Aber es sah wunderschön aus. Es war ein Traum. Es war ein natürlicher Traum. Ja, was soll man sagen? Ich meine, allein sowas wie London, die war du beschlugt. Also generell nicht die Pazifik, aber vor allem die war du beschlugt. Wie gesagt, London generell, hier Innenstadt und keine Temse. Also, dann aber auch Indien war so pretty. Der Dschungel war wunderschön. Also, was soll man sagen? Es war ein Traum. Es war wunderschön. Auch die Antarktis jetzt am Ende war unfassbar pretty. Wo man selbst bei Orten wie Nevada, also Büste von Nevada oder generell Nevada und auch die Antarktis, die eigentlich relativ langweilig, in Anführungszeichen, sind vom Aussehen her, weil einfach nur Schnee und Eis oder halt Sand. Und, dass sie trotz selbst die Level wunderschön hinbekommen haben. Was soll man sagen, ne? Ganz ehrlich, Spire, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich warte immer noch, dass sie ankündigen, dass sie 4 und 5 und natürlich am besten auch noch 6 remastern. Weil, I need that. I need that in my life. Ja, ich bin immer noch begeistert. Es ist großartig. Wir werden natürlich uns dann morgen direkt dem letzten DLC auch widmen. Last Artifact oder das verlorene Artefakt, wie es so schön hier im Mew Master heißt. Genau, und dann sind wir natürlich auch schon durch mit unserer Tomb Raider-Reise. Aber, das werden wir natürlich dann morgen, oder was ist morgen? Das werden wir dann in den nächsten Tagen dann noch erleben. Aber ja, Hauptspiele sind wir jetzt durch. Und es war amazing. Also, Nerd 2 immer noch mein Herz, mein Liebe, mein Alles. Und es war einfach großartig, es sah wunderschön aus. Aber auch Tomb Raider 3 und Tomb Raider 1, pretty as fuck. Es ist einfach, also ich meine, der Unterschied zwischen 1 und dem Remaster ist natürlich sowieso krass. 2 und dem Remaster ist übertrieben krass auch gewesen. Es ist auch, und 3, selbst 3, obwohl 3 ja im Original auch schon nicht schlecht aussah, weil das ja immer auch das Neueste ist und da hatten wir auch schon mit Licht gespielt und so. Selbst da hat man so einen krassen Unterschied in manchen Stellen gehabt, wo man sich dachte, oh mein Gott, sieht das schön aus. Was soll man sagen, ne? Es ist wunderschön. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, dabei zuzugucken, wie ich beim Spielen hatte. Und genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich lasse mir die Credits jetzt zu Ende laufen, ein weiteres Mal. Und genau, dann sehen wir uns hoffentlich natürlich morgen bei Lost Artifact wieder. Oder bei einem anderen Projekt in Zukunft irgendwann. Und ja, bis dahin. Danke, ciao. Danke, ciao. Danke, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020